So, da sind wir auch schon bei der ersten Aufgabe für den Brawler, nämlich, wie heißt die Aufgabe genau? Verwende ein Spraymotiv bei Daily Bugle. So, wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier nicht 100 Leute landen. Ich will nämlich einfach wirklich nur das Spray benutzen und dann wieder durchziehen. Also wundert euch nicht, heute kommen natürlich ein bisschen mehr Videos, nämlich die Aufgaben für den Brawler, plus natürlich die normalen Aufgaben, die zu Zeitdienstags kommen. Und denkt dran, legt euch am besten vor dem Spiel. Es ist schon ein Spray in eure Favoriten, dann müsst ihr da auch nur einmal landen und dann habt ihr es auch ganz easy geschafft. Ich zeige euch natürlich gerade, wie alles funktioniert. So, ich muss hier nicht so viel Lust und wenn ihr Bock habt, gerne ein Like da lassen, wenn ihr kein Abonnent wisst, gerne ein Abo raushauen. So, einfach hier landen. Der ist natürlich jetzt über mir. Ich gehe einfach mal ganz unten hin. Zack, dann hol ich eine Wand. Dann habe ich mir das Spraymotiv schon hingelegt und zack, da ist das Spray. Und genau so müsst ihr es machen. Warte mal, das ist nur das Spray. Bäh? Ach, hier kann man anscheinend nur das Spray machen, aber kein Emote. Also ihr müsst da nichts sortieren. Entschuldigung, dann nehme ich alles zurück. Ihr müsst nichts sortieren. Ihr bekommt das Emote direkt. Also ihr könnt in der Stadt nur das Emote anscheinend nehmen. Oder es ist halt durch den Auftrag, ihr seht es oben, Prolerauftrag. Und so kann man das Emote machen. Ich denke mal, ich kann euch so weiterhelfen. Wenn ja, wie gesagt, gerne ein Like da lassen, wenn ihr noch kein Abonnent wisst, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.